Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz anlässlich unseres Auswärtsspiels am Freitagabend in Hoffenheim. Bei mir zu Gast heute wie immer zu meiner Linken unser Cheftrainer Christian Titz und neben mir zu meiner Rechten unser Neuzugang im Winter Ugur Dündar. Ich beginne mit dir Christian. Christian, die Rückrunde oder die Restrunde hat nicht ganz so begonnen, wie wir uns das erhofft haben, beziehungsweise wie es die Fans erwartet haben. Kann es daran gelegen haben, dass die Spieler etwas verkrampft waren aufgrund des Druckes, der von außen auf sie eingewirkt hat? Ich glaube, das in der Tat. Zunächst mal auch guten Tag miteinander. Also eins ist bei uns unbestritten. Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, wo die Jungs alle kicken können. Eins ist auch unbestritten, die Jungs wollen auch alle. Aber das ist wie in einer guten Ehe. Da finden ab und zu mal Menschen zusammen, wo sie denken, das geht gar nicht. Und da denken sie, den nächsten Tag die laufen auseinander. Doch es gibt so etwas wie Herz und Leidenschaft. Und dann sind sie trotzdem zusammen. Und ich glaube, das ist, was uns ab und zu mal ein Stück weg fehlt. Die Jungs gehen raus, die wollen unbedingt. Die wissen auch, dass sie es können. Die wissen auch, dass sie einen riesen Druck haben. Und dieser Druck fängt sie an zu lehnen. Und was ich von meiner Mannschaft einfordere, und das fordere ich wirklich ein. Ich fordere ein, dass sie mutig sind, dass sie bereit sind, Fehler zu machen. Für die wird bei uns niemand bestraft und ausgeschimmt. Um das zu können, musst du Herz und Leidenschaft mit reinbringen. Denn Herz und Leidenschaft schlägt Angst und Selbstzweifel. Und wenn wir das machen, werden wir als Sieger den Platz verlassen. Und wenn wir es dann nicht machen und es hat nicht gereicht, dann geben wir uns alle die Hand und dann kriegen wir trotzdem eine Gratulation, weil sie alles rausgehauen haben. Mehr will ich nicht. Ich glaube übrigens, mehr fehlen uns nicht. Ja, Christian, beim letzten Spiel konnte man feststellen, dass also im Gegensatz zur Vorrunde oder im Vergleich zur Vorrunde deutlich weniger Pässe gespielt worden sind im Gesamt über das ganze Spiel gesehen. Hängt das mit dem Zustand des Platzes zusammen oder worauf führst du das zurück? Schwierige Frage. Da Politikum. Aber letztendlich kann man oder möchte mich auch dazu mal positionieren. Ich bin hauptamtlicher Cheftrainer. Und mein wichtigstes Arbeitswerkzeug ist das Spiel- und Trainingsgeläufe. Und es ist in der Tat so, deswegen schaue ich auch sehr positiv nach Hoffenheim. Wenn wir auf ein gutes Geläufe kommen, spielen wir um ein Vielfaches mehr Pässe, was dazu führt, dass der Gegner viel weniger Spielanteil hat. Bei uns ist dann teilweise die Ballbesitzzeiten 10-12 Minuten höher. Das bedeutet, wir haben ja Chancen, Tore zu erziehen. Das bedeutet, der Gegner hat weniger Möglichkeiten, seinerseits ein Tor zu erziehen. Es kommt mehr Stress. Das heißt, hier fahre ich morgens wirklich hin und habe jeden Morgen die Sorgen, ist der Platz heute gemacht oder ist er nicht gemacht? In den meisten Fällen ist er übrigens nicht gemacht. Und wenn Sie in Ihr Büro reinkommen und Sie müssen morgens überlegen, ist der Strom da oder ist er nicht da, dass Sie an den Computer ans Telefon können, dann wollte ich den sehen, der dann ruhig ist. Und ich finde es mittlerweile mir gegenüber dreist, wenn mir einer sagt, ich kann den Platz nicht walzen, weil der Torwart sich dann verletzen würde. Oder wenn du kommst und das verlangst, werde ich krank. Entschuldigung. Ich glaube, wir haben hier alle ein Ziel. Und das lautet, dass wir so erfolgreich wie möglich Fußball spielen wollen. Und der FC Hamburg hat sich verschwiegen. Und ich habe immer gedacht, mit allen, die hier anmessen sind, auf Probefußball. Und dazu gehört ganz einfach ein guter Trainingsspielrasen. Mehr möchte ich gar nicht. Und das ist auch nichts Bösartiges, sondern das ist einfach die Grundbasis, die wir benötigen. Christian, am Freitag geht es nach Offenheim. Eine Mannschaft, die letztes Jahr noch im oberen Tabellendrittel gespielt hat, jetzt mitten im Abstiegskampf steckt. Wie gefährlich ist diese Situation für uns? Und was erwartet uns, denkst du, in Offenheim? Also, so 23 Mannschaft ist wirklich so eine kleine Wundertüte. Die haben Jungs drin, die können alle gut Fußball spielen, die sind taktisch gut ausgebildet, die kommen ja aus dem Leistungszentrum. Die haben Technik, die haben Speed. Ich habe die Mannschaft auch in Offenbach spielen sehen. Und wer denkt, dass 3-0 spiel die das Spiel wieder. Hoffenheim hat Spielkontrolle gehabt und deutlich mehr vom Spiel. Aber wie das bei jungen Mannschaften oftmals so der Fall ist, Spieler brauchen Zeit, um sich zu entwickeln und machen halt unter Stress noch oftmals mehr Fehler. Wir erfahrene Spieler. Wir erfahren dorthin und die können auch die Tabelle lesen. Wenn Kassel gewinnt und sie verlieren gegen uns, rutschen sie wieder richtig unten rein. Deswegen erwarte ich da eine Mannschaft, die brennen wird, die alles raushauen wird, was sie drin hat, aber trotzdem versuchen wir, Fußball zu spielen. Und jetzt kommt das Aber, das Große. Da müssen halt wir mitspielen. Und ich glaube nicht dran, dass meine Mannschaft da mitspielt. Ich glaube, dass es an der Zeit war, ihr auch mal einen Rückruf zu geben. Aber ich weiß auch um die Qualität und Stärke unserer Truppe. Und deswegen fahren wir mit Respekt und dem Wissen, dass wir auch eine gute Mannschaft treffen nach Hoffenheim, aber mit einer gleichen Zielsetzung 3 Punkte einzufahren. Das bringt mich zu meiner letzten Frage, die ich dir immer stelle. An dieser Stelle, wer ist fit? Wer fällt aus? Wie sieht der Kader ausgehen in Hoffenheim? Eine schöne Frage heute, weil das habe ich seitdem ich der Trainer bin selten. Wir haben nachgefunden mit Oskar Mbela einen Langzeitverletzten, der aber wahrscheinlich Anfang, Mitte März, irgendwie ins Training einsteigen kann. Wir haben leider zu bedauern, dass Patrick Gebärhofer, die sich noch mal schwer verletzt hat und noch mal zwei, drei Monate ausfallen wird. Aber das war es dann auch schon. Alban Ramay trainiert die Woche. Da muss man schauen. Reicht zu der Anfangsformation oder zum Teileinsatz. Er wird aber definitiv im Kader stehen. André Kilian hat nach seinen Hintenproblemen. Der hat Arthrose im Zehengelenk. Das ist so eine Kahn, nicht eine Musarthrose, die tritt halt auf, wenn ein Schmerzzustand entsteht, durch ein Drittes bei ihm passiert. Er wird aber auch die Zähne beißen. Das heißt, André wird auch im Kader stehen und wenn André grüne Sicht gibt, wird er auch spielen, weil André das Herzstück unserer Mannschaft ist. Das hat er auch gezeigt, wie er eingewechselt worden ist. Und Emil Null wird zurückkehren. Emil als Typ mit seiner Präsent, mit seiner Kopfballstärke, mit seiner Willensstärke und halt mit dieser Eigenschaft Herz und Leidenschaft. Ich glaube, die drei Spieler werden unserer Mannschaft momentan gut tun, werden sie mitreißen. Und deswegen ein schöner Zustand, dass wir fast alles an Bord haben. Vielen Dank, Christian. Ugo, wir kommen zu dir. Vor einem Jahr etwa bist du vom FCH in die Türkei gewechselt. Wie war deine Zeit dort dieses Jahr? Am Anfang ging es ganz gut für mich. Die ersten sechs Monate hatte ich einen guten Trainer, habe ich noch bei Trabzons vorgespielt, guten Trainer, gute Trainingsplätze, gut trainiert, aber dann wurde der Trainer entlassen. Wurde der Trainer entlassen. Und dann blieb es halt nicht mehr so gut. Wurde ich ausgeliehen in die zweite Liga. Ja, und ab dann wurde ich halt unglücklich und wollte es auch so schnell wie möglich wieder nach Deutschland. Hast du dich schon wieder gut eingelebt hier oder war der Kontakt eigentlich nie abgerissen? Also, ich hatte immer einen guten Kontakt mit dem Trainer und auch in der Mannschaft selber habe ich den Jungs auch Kontakt gehabt und mir kommt es auch so vor, als ob ich nie weg wäre. Die Jungs haben mich gut aufgenommen und bin eigentlich zufrieden. Du hast das erste Spiel, das erste Pflichtspiel gleich von Anfang an über 90 Minuten bestritten. Siehst du dich schon als Stammspieler oder wie siehst du deine Position im Team? Ich denke, jeder Spieler hat seine Stärke, die er für die Mannschaft einbringen kann. Und meine Stärke ist halt Zweikämpfe gewinnen, die Laufbereitschaft und das ist die Aufgabe des Trainers. Wenn er mich für fit hält und bereit hält, ist er im Spiel. So, dann noch als Abschlussfrage. Dein Tipp zum Spiel in Hoffenheim, wie geht es aus? Den genauen Tipp habe ich nicht, aber ich hoffe, dass wir gewinnen. Wenn wir das umstellen, was der Trainer uns gesagt hat, was wir gegen Worms falsch gemacht haben, dann werden wir mit einem guten Ergebnis nach Hause fahren. Das hört sich gut an. Gibt es Fragen von den Herren der Presse an einem der beiden? Ja, da kann ich mal sagen, was hat denn die Mannschaft oder mit dir falsch gemacht gegen Worms aus deiner Sicht? Wie der Kapp eben schon gesagt hat, wir waren ein bisschen verängstigt, haben nicht das gespielt, was wir spielen können. Und jeder hat auch Angst, den entscheidenden Ball zu spielen oder Angst, Fehler zu machen. Ja, das war dann eigentlich der Grund. Bisschen verkrampft. Dann eine Frage an Sie, Herr Titz, auch nochmal bezüglich dem Worms-Spiel. Sie hatten jetzt im Mittelfeld Ugur und Jannik Tevelde am Anfang. Mit Tevelde, einem sehr offensiven Spieler. Ugur sagt selbst, er ist eigentlich eher der Zweikampftyp. Man hatte so das Gefühl, dass dadurch die defensivere Sechser-Position eben ein bisschen leer ist, also dass einfach nur Ugur da spielt. Ist das so eine Variante, die Sie trotzdem nochmal machen würden? Ja, also wir haben, also sind wir froh, dass wir Ugur wieder hier haben. Ich schätze ihn sehr als Spieler mit seiner mit seiner Laufweichung, seiner Kampfeigenschaft. Auch ein Spieler übrigens, der solche Tugenden wie Herz und Leidenschaft mit einbringt. Und dann haben wir ganz gut geholt, weil wir das Zentrum schließen wollten. Das ist uns durch Ugur auch gut gelungen. Das, was wir zugelassen haben, war auch Standardsituationen. Wie wir es aber am Freitag machen, hängt auch wirklich ein bisschen davon ab. Spielen wir mit zwei Stürmern. Da hängt auch davon ab, wie präsentiert sich Albano Rama in seinem Gesundheitsstand die Tage. Und dann holen wir andere Kinder mit ins Team ein. Also es wird Veränderungen geben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es zu viele Veränderungen gibt, weil Fußball bedeutet auch Vertrauen. Und wenn der ein oder andere Spieler hier mal eine schlechtere Leistung bringt, dann heißt es nicht gleich, dass wir ihn ächtern. Sondern dann kriegen auch Spieler wieder eine Chance. Aber es wird ja ein oder andere Veränderungen geben. Vielleicht noch eine zweite Frage zu Personal. Nochmal mit Blick auf das Worms-Spiel. Abdullah Kisaroklu hat, wie Sie selbst sagen, eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Jetzt musste er wohl auch durch den Ausfall von 0 links hinten spielen, was nicht unbedingt seine Position ist. Wie haben Sie ihn gesehen? Würden Sie mir recht geben, dass er auf der 6. Position besser ausgerufen ist? Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das wussten wir auch schon vor dem Spiel. Die Problematik war ganz einfach, dass wir aufgrund der Ausstellung der Sperren keinen linken Ausverteidiger haben. Und Apo ein erfahrener Spieler ist, der das gut lösen kann. Der hat es bei der Form via Ballbesitz hat er auch gut gemacht. Und auch deswegen hat er mir nicht so gut gefallen. Ich sehe ihn im Mittelfeld stärker. Aber ob er jetzt spielen wird und was wir da machen, kann ich ihn nicht beantworten, weil das hängt wirklich auch jetzt noch von den letzten Trainings-Eintritten ab. So, André Kilian, ich war am Montag da. War André Kilian nicht, glaube ich, nicht mehr trainiert? Hat er jetzt inzwischen das Training wieder aufgenommen oder? Der André hat nur nicht mittrainiert. Der hat Lauftraining gemacht und CH-Wall, der hat eine Spritze bekommen ins Gelenk. Und nach der Spritze muss man in zwei Trainings-Einheiten pausieren. Also, der wird heute ganz normal ins Training einsteigen. Insgesamt muss man, glaube ich, auch mal anmerken, wenn wir von verletzten Spielern reden. Das heißt ja nicht, dass die zu Hause sitzen und nichts machen. Die sind bei uns trainieren. Teilweise laufen sie, teilweise fahren sie Rad. Sie machen ein Stabilisationsprogramm, Krafttraining, werden bei Physios behandelt. Also, sie müssen in der Regel mehr machen wie die Spieler, die fit sind. Vielleicht eine Frage jetzt so ein bisschen zu Ihrem persönlichen Befinden nach dem Spieltag. Im Prinzip sind ja die anderen Spiele noch so ein bisschen zugunsten der Rundbunker gelaufen. Also, ich glaube, Mainz und Trier unentschieden. Denkt man an hinterher, Gott sei Dank. Oder ärgert man sich doppelt über die verpasste Chance, die man hat liegen lassen? Also, ich war ja auf Reisen, wie meine Trainerkollegen auch. Wir haben Spiele live angesehen. Wir schauen uns ja auch Spiele per Video einmal, wie wir alle Spiele haben. Und glauben Sie mir, die Verärgerung hat überwoben. Weil wir natürlich auch sehen, das hat keine Schmiedung der anderen Mannschaft, sondern wir sehen trotzdem, dass wir am Freitag nicht gut gespielt haben. Aber nicht gut. So weit sind wir ja schon. Das bedeutet bei uns gleich Katastrophe. Wenn wir nicht gut spielen, finde ich, haben wir trotzdem eine Qualität auf dem Platz, die sich in Form von Spieldominanz und Chancen hervorzeigt. Und es ist nicht viel passiert und die Mannschaften nur um einen direkter Rumsinn. Klar haben wir unser Ziel gehalten, Platz für München zu verteidigen. Aber Sonnengross Asbach und Freiburg konnte den Vorsprung erweitern. Und das ist ärgerlich, dass wir als eine Mannschaft, die hinten dran auch mal einige Mannschaften jagt sich und gelassen. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bedanke mich bei den Vertretern der Presse für das Interesse an dieser Pressekonferenz. Bedanke mich bei euch, liebe Zuschauer auf dem YouTube-Channel. Und bitte euch, unterstützt unseren Freitag in Hoffenheim. Unterstützt die Mannschaft bei ihrem Vorhaben, drei Punkte in Hoffenheim zu holen. Macht's gut, bis am Freitag und tschüss. Danke euch, liebe dich, liebe große Wachstum. Ich bin froh, liebe euch, liebe dich. Ich bin froh nicht, liebe dich. Und da euch sind darüber, liebe dich. Und da euch chaos. Und da euch, liebe dich. Ich bin froh, liebe dich. Vielen Dank.